Ich bin das Gesetz in dieser Stadt. Und ich dulde hier keine Zombies. Hallo und herzlich willkommen zurück. Seven days to die, der Jango Seeker in Ghost Town. Yo. Leute, was geht ab? Ähm, wie geht's euch? Ich befinde mich immer noch mit Willem Wesson und... Ich hab schon einiges auf den Sack bekommen hier. Ja. So. Jetzt versuchen wir nochmal einen säubern Gedöns, ohne dass wir... Shit. Kein Holz mitgenommen. Ohne dass wir... Lust auf die Schnauze bekommen. Können wir uns nicht leisten. Da geht ja gut los. Du gehst gar nicht mit so fest. Gringo. So. So. Au. Das ist gut dunkel. Was für ein Scheißweather. Oh. Was haben wir denn da? Oh. Mehr Schmerzabletten. Fantastico. Oh. Hello. Oh. 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 Nice. geschafft meine quest überlebt das ist doch mal was also ja 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 Oh. Oh oh, big boy ist drin. Fuckin' man. na mein nicht dazu, was hab ich doch gesagt was kann ich dir heute bekommen? hier geht's mein Freund, was du brauchst, sag einfach die Worte Ich habe ein Dilemma, und könnte ein paar Unterstützung nutzen. Danke. Ich bete, dass du das nicht für jemanden in der Wasteland machst. So, wir sind versorgt, haben anscheinend das Bein verstaucht, fantastisch. Jetzt müssen wir beim alten Sheriff vorbeischauen, der hat sie ja nicht gepackt. Oh, ist das Bein dazu? Ja, komm hier. Ja, 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 ja. Oh, ja, wow, oh Gott. Oh, hey. Ah, seid ihr schon wieder an der Lüchte an? Oh, shit. Oh, shit. War ich so gemeint? Eigentlich doch. Oh, wow, Überraschung. Zweifel, 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 cool. Oh, ja, ja. Oh, das ist so gemeint. Oh, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja. sehen meine augen denn hier bj welding hat mal eure eltern wofür das bj steht oh shit Ja. Oh, okay. Klar, im zweiten Durchlauf klappt das Ende. Ah, gut. Da wollen wir mal nach Hause latschen. Mhm. 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 Oh, wir werden ja guttags. Mhm. Mhm. Ich werde versuchen die Ehre zu machen, Human Man Warrior. Ja. Okay. Good, good. Dann war es das erstmal für diese Folge, Leute. Hat ja mal wieder nicht geklappt, eine Quest auf Anhieb zu schaffen. Naja. You live and you learn. Wir werden es noch packen. Oder ich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen, über einen Kommentar oder über ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.